Lieber Gott, bitte befreie dieses Essen von jeglichen diarösen Umständen, jeder Flatulenz und jedem Brechreiz. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen und Nudeln mit Tomatenmark speisen dürfen. Amen. Was ist Urlaub? Für manche heißt es vielleicht einfach mal nach Malle fahren. Um ehrlich zu sein, haben wir uns das auch des Öfteren gewünscht. Aber für uns bedeutet Urlaub, unsere Räder neun Stunden lang mit einer Magenverstimmung auf einen Berg zu tragen. Am Ende entscheidet jeder für sich selbst, wie sein Abenteuer aussehen soll. In unserem Fall bedeutet das eine Mischung aus Sowjet-Charme, Wodka und der atemberaubenden Schönheit Kirgistans. Die ganze Zeit in den Ohren. Seit Wochen hat es hier nicht mehr geregnet wohl. Und seit wir angekommen sind in Caracol, haben wir jeden Tag nur Regen. Wir sind sehr gut. 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 Bis zum nächsten Mal. National Geographic. Yes. And you? Russia!